Und nun einen kräftigen Applaus für unsere Heimmannschaft. Die mit folgenden Mannschaft beginnt. Neu im Tor, sluminische Nationalspielerin Lucia Mori. Mit der Nummer 6, Nicole Beskowitsch. Nummer 7, die Kapitänin, Ike Winter. Mit der Nummer 8, Anne Malle. Nummer 10, Nathalie Schranzer. Nummer 11, Kerstin Zinner. 12, Stefanie Muber. 13, Elisabeth Kühl. Nummer 16, Jasmin Ortner. 18, Anna Nodre. Und 19, ebenfalls Neuzugang, Katharina Naschewing. Ersatzspielerinnen, Katrin Stauder. Valentina Zunder, Tatjana Savica. Denise Scheiflinger und Melanie Schurgast. Trainiert wird die Mannschaft von Dieter Zabir. Reisekurung, Heressebander, Beide Fünferküller. Beide Medienfassern, der Kronenseitung und den Regionalmedien. Peppi Media. Und natürlich auch bei den SV Klanek und der Gemeinde Klanek, die hier die Sportstätte zur Verfügung stellt. Das Spiel wird heute geleitet von Anna Doppelhofer. Assistiert wird sie von Martin Wang und Senka Moucic. Und gleich geht's los. Nochmal seinen kräftigen Applaus. Und gleich geht's los. Und gleich geht's los. Und gleich geht's los. Und gleich geht's los. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Wow! Goal, goal, goal! Goal, goal! Die Kirche ist in der Kirche. Oh Gott, kommt hier rein! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.